Herzlich Willkommen zum neuen Lied von unserem Kanal. Wir spielen wieder Donkey Kong Country Returns und heute kommt ein lustiger Lohmlebe. Boah, cooles Level mit Lohmlebe und ich glaube die Lohmlebe in Donkey Kong spielen kommen mit Kans ein. Lohmlebe. Lohmlebe. Okay. Lohmlebe. Lohmlebe. Oh. Oh. Was ist das, was wir denn hier machen schon? Jooo, pitt! Das war schlecht, das war einfach schlecht, komplett schlecht. Oh, ich hab schon geholfen. Also, zieht man das jetzt eigentlich gleich nebenan? Man muss den Level verlassen. Ja. Man muss da einfach wieder rein. Na, wieso? Didi kommt? Weil ich nicht türkisch durfte. Und ja, das ist dann schlapp. Ja. Ja, das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Okay, okay, ich mache mich bereit. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, wahrscheinlich. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay. Das war's für heute. Ich bin hier oben, da müssen wir auf den Sack kommen, da kann ich jetzt schon. Nein! Oh, da fand ich ja nichts so viel jetzt. Ja, und der ist noch so krank, wie es so wie das Metale ist, wenn er zu mir ist. Übertreib halt komplett. Jetzt. Ich glaube, ich dachte nicht mehr. Wenn ich mich verspann. Ja! Hui! Häh? Ja. Richtig, ne? Richtig, ne? Richtig, ne? Machen wir wieder los. Müsst es halt trainieren. Richtig. Wenn ich es lange noch anspielen muss, muss ich alles frei. Ja, das war ihr. Das war ihr. Ich weiß nicht, was ich noch nicht. Das war's. Ganz schön, nicht. Das war's. Es war's. Nichts, nicht. Das war's. Was? Was hätte ich denn sonst machen sollen? Durchschlag, dass du es rauskriegst. Ich habe ihn nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Ich habe ihn nicht verletzt. Ich habe ihn verletzt. Was ist das? Ah, ich darf doch gar immer schmutz. Ja, wie er mit sich gesammelt hat, bekommen wir ein bisschen rauskaufen mehr. Es ist ein Zeichen hier, aber ich muss es sagen, dass es nicht so gut ist. Oh mein Gott. Drückt ihr Masali? Ich triff absolut einmal so nicht. Nein! Fortfahren! Ich hab mich fortfahren getrückt. Ich bin so lost. Spiel auf Zeit? Was heißt das? Oh nein! Spiel auf Zeit! Ist besser als dieses. Ich habe mich gefragt, was dieses letzte... Dieses letzte... Zum Glück. Ich glaube, es ist aber Zeit. Und es ist also ein Budget. Viele sind's. Ich bin glaube, es ist ein aufgerufen. Ich bin ein Kniemacher. Ich bin ein Kniemacher. Was der Kniemacher nie? Ohhhh, du Knecht! Neustart, los! Das gibt's nicht. Es gibt ja nicht mal einen Neustart, dann fühl ich mich jetzt. Super! Oh mein Gott, Schatz! Oh mein Gott, Schatz! Oh Mann, die stärkt er ja jedes Mal. Äh, ich weiß nicht, ob ich das hier bin. Oh Mann, die stärkt er ja jedes Mal. Äh, ich weiß nicht, was ich nicht. Das ist gut. Ich habe dasört, was ich verletkt? Ja, ich weiß nicht, was ich mir passiert? Kann ich nicht. Oh Mann, bin ich. Ah, ich weiß nicht, was ich bin. Da ist eben nicht so, dass ich bin. No, ich weiß nicht, was ich bin. Nein, nein, nein! Ja, ich weiß nicht. Oh! 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 1K-Plattform Ah! Oh! Ich glaube, K-Level ist ein schwerer Level. Ich glaube, die schalten man durch diese... K-O-M-G-T-N-A-F-E-L. Das ist schon gut. Das ist das letzte Level in der Welt. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Die sind schon gut. Das ist schon gut. Das steht schon gut. Das ist schon gut. Wie ist das? Also... Ich habe mich richtig verletzt. Ich habe mich sehr angestrengt, aber nichts passiert. Ach so. Ich weiß nicht. Ich habe mich sehr angestrengt. Ich habe mich sehr angreifen. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen. Ich werde nicht mehr denken. Oh krass. Ich hätte mir schon gedacht, dass ich das so nicht mehr machen würde. Das ist ein bisschen zu sein. Das ist ein bisschen zu sein. Ich lasse mich. Ich habe lang auf 2 gedrückt. Was willst du jetzt tun? Nein! Ja, okay. Na komm, mach mal hier den Superassistenten. Super, komm. Dieser Level wird durchgespielt. Du kannst aber keines der von Superkong gesammelten Items behalten. Möchtest du den Superassistenten wirklich verwenden? Hat mir das Interesse heute. Das ist ein bisschen zu sparen. 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 Warte, hier gibt es keinen Checkpoints. Jo, und wie lange das ist? Warte, ich bin gerade wirklich gewesen. Ich konnte gerade den Superassistenten spielen, aber das wollte ich gar nicht. Hä? Ich will nicht raus, dass man da wirklich mit dem Spiel spielt. Es ist nicht so schwierig. Was hat das jetzt losgelegt? 嘘, ich will nicht die Mache. Was hat, was hat, was hat. Was hat, was hat? Ich hatte das noch mal was. Was hat. Das war schlimm. Oh mein Gott! Das Misch! Ich drück doch lang da drauf, willst du mich komplett nehmen. Nee, was muss ich denn sonst machen? Ja. 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 Oh, dann stehe ich wieder da, wenn ich zu blöd bin, um ein kleineres Stück zu zackern. Oh, dann stehe ich wieder da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was soll ich denn sonst machen als lang auf dem zweiten Rücken? Was soll ich denn sonst machen als lang auf dem zweiten Rücken? Was soll ich denn sonst machen? Und dann... Was soll ich denn sonst machen? 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 Ich bin so, so, so schlecht. Oh, Mann! Jetzt hab ich wieder überträgungslang draufgekriegt, aber guckst du jetzt, mein Gott, nicht wieder alles. Jetzt sterbe ich wieder unnötig. Los, ich muss noch zwei leben. Ich bin so, ich muss noch zwei leben. Ich bin so, ich muss noch zwei leben. Sie sind küsse ich. Sie sind küsse ich hin! Der Mund da fernst. Ja. 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 Hm. Ich bin zwar in meinem, aber ich will mich gar nicht drauf. Ah, jetzt brauche ich die. Das ist die letzte. Hier ein Leben bekomme ich? Für was? Boah, mir wurde viel über viele München abgezogen. Ja, mir wurden 40 München abgezogen. Das kostet so wenig. Also, ich habe keine Ahnung, ob ich zu schaffen bin, oder? Weil ich bin schlecht. Ähm, ich benne jetzt auf jeden Fall das Video. Ich will mich über ein Abo, ein Like freuen und... Tschau!